Es ist Sonntag, es ist 12 Uhr und das heißt, wir tauchen wieder ab in ein wunderschönes Märchenland voller traumhafter Geschichten. Also für mich sind die Märchen die schönsten Geschichten und zu meinem Lieblingsmärchen gehört das, in dem es einen zauberhaften Spiegel gibt. Ein sehr gut aussehendes Mädchen lebt zusammen mit sieben Zwergen hinter den sieben Bergen und ihre Stiefmutter, die besitzt einen Zauberspiegel. Der sieht ungefähr so aus wie dieser hier und jeden Tag will sie von diesem Spiegel wissen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste in diesem Land?